Moin Sie Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir haben uns was ganz ganz tolles ausgedacht. Wie ihr vielleicht schon kennt, gibt es ja so Fifa-Bingo, wo man verschiedene Kategorien abarbeiten muss. Und ja, den Pack ziehen sozusagen halt. Und wir machen das Ganze heute mit Mario Kart 8 auf der Wii U. Und haben uns da natürlich ein paar Kategorien ausgedacht. Ja, ich würde sagen, wir gehen erstmal hier ins Rennen rein. Während der Alex sich seinen Controller, äh, seinen Teil zusammenstellt, lese ich einmal die Kategorien vor. Wir haben als erstes, der Blaupanzer trifft dich. Das heißt, entweder du bist erster und er trifft dich oder im Vorbeifliegen wirft er dich aus der Bahn. Das zweite haben wir, man bekommt aus zwei Items, bekommt man zweimal eine Münze hintereinander. Ja, also Item-Münze, Item-Münze. So, als drittes haben wir einfach mal drei rote. Die sind ja leider sehr selten. Und, ähm, ja. Als viertes haben wir, man wird zweimal hintereinander schnell von irgendwas getroffen oder fährt irgendwas rein. So, irgendwie, jemand hat eine blaue, eine dünne am Arschkleben oder so. Man fährt rein und wird dann nochmal betroffen, ähm, bevor man wieder richtig Speed aufgebaut hat. So. Als nächstes haben wir, ähm, man bekommt eine Rakete aus dem Item. Also eigentlich ganz, ganz easy. Dann haben wir... Ja, so easy ist das auch nicht. Ja, wenn man so weit hinten ist wie du. Ist halt schon easy. Äh, als nächstes haben wir das Item, man bekommt die Acht, wo man acht Items um sich herum bekommt. Also die Super Acht. Die Super Acht, genau. Dann, ähm, durch einen Treffer wird man durchgereicht. Vier Plätze nach hinten, sagen wir mal, man ist vorher zweiter, wird dann sechs danach einem Treffer. Oder halt mehr. Ähm, als vorletztes haben wir, man wird vom letzten Platz noch am Ende des Rennens in die Top 3 kommen und da abschließen. Und als allerallerletztes haben wir insgesamt auf allen vier Bahnen, die wir heute machen, fällt man höchstens dreimal runter. So haben wir nämlich noch so eine Art K.O.-Sache. Wenn es spannend wird, haben wir das noch, was erst am Ende abgeschlossen wird. Mit was gehen wir denn hier? Ich würde sagen mit der Donut-Ebene, oder? Ja. Also die anderen zwei gefallen mir nicht. Dann sehen wir uns im Video. So. So, wir starten rein. Äh, es sind elf Leute drin. Es ist die Donut-Ebene geworden. Das heißt, wenn man elf da einmal war und dann unter der Top 3 abschließt, hat man diese eine Kategorie auf jeden Fall schon mal. Nur das als Randnotiz, wie viele drin sind und welcher Platz der letzte wäre. Und wir starten sofort hier rein. Und ich verkack den Start. Geile Sache. Also elfler bin ich schon mal, jetzt kann ich in die Top 3 reinfahren. Ja, das ist schon mal gut für dich. Ich bin neunter. Und verkack auch den Drift. Also läuft ja wunderbar im ersten Rennen. Ich bin erster. Na, ich glaube nicht mehr lange. Ne, schon zweiter wieder. Und das ist natürlich das Gute. Es gibt ein paar Kategorien natürlich, die kommen aufs Fahren an. Aber nicht unbedingt. Ein bisschen gehört auch Glück dazu. Eben. Wie beim Bingo halt auch. Ja, eben. Mit dem alten Lack und so. Äh, geht jetzt nicht darum, erster zu werden oder so. Natürlich ist eine Kategorie dabei, wo man unter den Top 3 kommen muss. Aber sonst kommt nicht viel aufs Fahren an. Ich werde hier nochmal schön getroffen. Ein Fünfter. Kamera auch wieder hier. Wunderbar nicht von der Stelle. Und ich fahre wie in die Kecke. Eine Rote Kecke. Sechster, siebter, fuck. Achter. Läuft nicht. Ein Stern. Ein Pilz. Unfassbar. Aber hier hat man ja schon mal eine Strecke, wo man nicht von der Map runterfliegen kann. Das ist ja schon ganz gut. Ja. Ach, scheiß Blitz hier. Wenn man rausrutscht. Rutscht mal in Wasser. Aber es ist eine sehr, sehr kurze Strecke. Natürlich sehr clever von dem Formel, der fährt rein. Ich strecke den trotzdem nicht. Oh, 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 oh. Noch mal einen Pilz genommen. Das gibt es noch nicht. Und ich fliege schon wieder hier viel zu früh raus. Und weil ich den Start so mies genommen habe, werde ich wahrscheinlich auch nichts mehr in dieser Runde reißen. Ich kann nur noch hoffen, dass ich irgendwie altem Lack habe, um die Kategorien abzuschließen. Ein Goldener Stern, leider keine Rakete. Sonst hättest du schon die erste jetzt hier ab. Ja. Ich habe auch nicht gut. Ein Goldener Stern war einer Pilz. Ach ja. Ein Goldener Stern hatte ich aber auch gerade. Bringt ja nichts Neunterrohnen. Scheiß, wir hätten uns doch vielleicht mal ein, zwei Runden warm spielen müssen. Ja, wir sind, wir starten beide gerade kalt in das Geschehen hier. Also für uns beide erste Runde. Aber macht ja nichts. Machen ja noch ein paar Runden. Ein paar Rennen machen wir noch. Neunter geworden und wir haben leider noch keine Kategorie abgeschlossen. Ja. Und wie ihr seht, ist wieder die Pfeiffer am Start. Was brauchen wir denn jetzt? Wir brauchen heute Amygold PR. Wozu auch das Video schon online ist. Das stimmt. Wenn er da vorbeischaut, ist es wirklich ein geiler Tabak. Also, da ist jetzt schon die dritte Dose. Ja. In diesem Monat. In diesem Monat, richtig. Was auf jeden Fall, wo, natürlich ist es auch, man hat Pech, aber kriegt dadurch natürlich eine Kategorie abgeschlossen. Was eigentlich ganz cool ist, finde ich. Wo ich auf jeden Fall noch drauf achten muss, ist, dass man vom Treffer vier durchgereicht wird, weil da habe ich gerade komplett aus dem Sinn gehabt. Da habe ich gar nicht mehr dran gedacht. Das ist eine schwierige Kategorie. Die müssen wir vielleicht auch nachträglich dann nochmal am Ende uns angucken und uns dann einblenden lassen. Wir zeigen euch natürlich an, wenn wir keine Kategorie abgearbeitet haben. Ihr seht ja natürlich schön. Das fällt mit allem. Und wir haben einen Babypartner. Das ist natürlich eine richtig geile Map, aber da wird man auf jeden Fall. Da kann alles passieren. Da kann alles passieren. Außer runterfallen. Außer runterfallen. Und man wird auf jeden Fall durchgereicht. Ich glaube es nicht. Das ist das zweite Rennen und das zweite Mal in der Staffel. Vierter. Aber Achter ist drin. Dritter, Zweiter. Das sieht doch schon mal ganz gut aus, aber das kommt ja einfach auch nicht darauf an. Nein, ich treffe mich mit meiner eigenen. Eins, zwei, fünf. Ja. Ich wurde durchgereicht. Ich habe die erste Kategorie abgeschlossen. Obwohl, nee, zwei auf fünf. Ja, das sind nur drei. Das sind nur drei. Das sind weiter Zweiter. Das ist doch nichts. Ich sehe nichts hier. Scheiße, G's. Alex, du bliebst. Erster. Nein. Das war nicht doppelter Schlaf, nur einfacher. Doppelter Schlaf war das jetzt, oder? Weiß ich nicht, habe ich nicht gesehen. Weißt du? Ja, also ich gucke, nee, ich glaube der zweite war nur ein Rama. Ah, okay. Und ist halt nicht doppelter Schlaf. Oh, da ist noch mal eine für den ersten und sie hat mich nicht getroffen. Ah, fuck. Letzte Runde. Und ich fahre noch in die Banane rein. Von zwei auf vier. Gefallen. Und du bist? Siebter. Siebter. Das ist auch okay. Aber hätte ich besser noch gucken können. Keine Kategorien, die abgeschlossen war. Keine drei roten bekommen. Nicht zweimal eine Münze. Ja, okay, aber bei der Strecke ist es auch, glaube ich, da kommen auch nicht so Hammer-Items. Zum Beispiel, Rakete, glaube ich, kommt bei der Strecke nie. Ja. Ich glaube, das gab schon mal Raketen da, aber das ist echt selten. Vor allem die Positionen weg sind so schnell auf der Strecke, als auf jeder anderen Strecke. Scheiße, ich bin fast durchgereicht. Ich war nur auf vier, von vier auf sieben. Aber das geht auch nicht. Da hätte noch einer drin sein müssen. Zwei auf fünf. Zwei auf fünf. Na, fuck. Ja. Egal. Gucken, was jetzt kommt. Und wir hoffen mal, dass das Ganze jetzt hier ein bisschen besser läuft und wir noch mal ein paar Sachen wenigstens abarbeiten können. Schon das dritte von vier Rennen. Ich bin gespannt. Der Start ist schon mal ganz gut gelaufen. Na, ich habe den Start nicht verkackt, aber auch keinen Super-Start gemacht. So. Also diese Map ist auch echt. Eine Münze. Komm, nächstes Item. Komm, komm. Oh, ich werde durchgereicht. Ich werde durchgereicht. Ich werde durchgereicht, ja. Und ich wurde zwei hintereinander von was getroffen. Zwei Kategorien auf einmal. Jawohl. Und jetzt noch eine Münze, da habe ich drei schon abgearbeitet. Ich glaube nicht, dass jetzt noch eine Münze kommt. Ah, nee. Leider nicht. Das ist schwer. Ja, zweimal hintereinander Münze zu können. Aber ist es möglich. Also wir hatten es schon bei ein paar Rennen. Ich hatte auch schon mal viermal hintereinander. Ja, okay. Oh, jetzt schmier ich da runter. Du bist schon einmal ohnehin gefallen? Ja. Oh. Oh, ich muss daran denken. Ja, das stimmt. Ich kriege mal eine Achtstern. Schade. Jetzt muss aufpassen, dass ich nicht die Kategorie abschließe. Die Kategorie kannst du ja nur abschließen, wenn du... Aber ich war jetzt verluft da und bin auf elf. Aber das zählt ja nicht als komplett durchgereicht, oder? Nee, nee. Wenn du nicht getroffen worden bist und dann einfach durchgereicht bist. Ja. Ja. Zwei haben wir schon. Ach. Ah, fuck. Und wieder verkackt, ja. Also, wie ihr seht, das ist nicht meine Strecke. Ach man, ich fahre in was rein. Ah, fuck. Drift nicht perfekt. Ich hasse diese Map. Die ist so scheiße. Ja, die Kurven sind auch nicht so geil. Ja, ist echt nicht geil. Und dann sind an manchen Stellen richtig scheiß Kurven, wo du runterfallen kannst. Ja, nicht runterfallen. Wie oft hast du es runtergefallen? Einmal. Du hast einen Blitzbekommen? Ja. Aber nicht als Kategorier drin. Ja, schade. Vielleicht bei der nächsten. Stein, Stein, Stein. Ah, boah, der verknappt. Wäre fast das zweite Mal gewesen. Jetzt komm. Muss noch mal ein bisschen reißen können. Irgendwas, noch niemals eine Rakete. Läuft wieder nicht. Jetzt komm, gib mir irgendwas, irgendwas. Bitte. Alter, ein goldener Stern. Ich bin auf dieser Strecke so nichts, Alter. Und du fährst hier eine Bande rein. Nein, das ist nicht normal. Ja, und wieder. Ich wurde jetzt fast runtergeworfen. Also ich glaube, für mich ist der Kreml der laufen. Das kann man so gut wie vergessen. So, jetzt können wir hier nochmal ein bisschen das Feld aufräumen. Oh mein Gott, Mann. So. Also mein Platz hier und Deck wahrscheinlich bleiben. Das letzte geworden. Ja, ich habe zwei Männer davon was getroffen und viermal durch. Also vier durchgereicht worden. Zwei abgeschlossen. Steht derzeit 2-0. 2-0 steht es uns, ja. Und wir sehen uns in der nächsten Runde. Wir haben nochmal auf, zwölf Minuten mit ein bisschen Cutten dabei. Ja, passt. Ich hoffe, es kommt Zufall, weil die ganzen... Big Blue geht noch, aber der Rest ist nicht so nice. Big Blue ist dieser mit dem Blauen da, oder? Ja. Ich habe keinen Bock, jetzt hier irgendwie durch runterfallen zu verlieren. Regenbogen kommt. Oh, dreimal Regenbogen drin eigentlich. Kriegt die Krise. Boah, jetzt, jetzt, jetzt könnte er. Zwölf Leute sind drin und wir kriegen die Regenbogenstrecke. Da kann man auf jeden Fall nochmal zwei Mal runterfallen an der nächsten Stelle. Aber du kannst auch dreimal runterfallen, also so ist es nicht. Also dreimal höchstens. Wenn du nur dreimal runterfallen bist, ist ja okay noch. Ja, beim vierten Mal ist Arschkarte. Wie weit hat er jetzt hier? Ah, kein Grundstart. Ebenso, Achter nur. Oh, das war schon wieder ganz knapp, daran runterzufallen. Aber schon mal zwölfter, das heißt, du kannst auf jeden Fall... Ich kann von... Dritter werden. Ja, Dritter werden, auf jeden Fall. Ich hoffe, erstmal hier nicht runterzufallen. Achter nur. Ja, und da ist es schon passiert. Einmal runterbefallen. Also das zweite Mal jetzt schon insgesamt. Zwei brauchst du noch, was natürlich schon wieder kein Scheiß-Item bekommen wird. Und ich bin wieder am Arsch der Welt. Also das sind vier Strecken. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Oh mein Gott, ich fall runter. Einmal runterbefallen. Scheiße. Und da ist die Rakete. Und da ist die Rakete. Und ich bin elfter. Also damit habe ich schon mal den Punkt mit der Rakete abgehackt. Und kommt eben irgendwas Gutes. Ah, Stern, fuck. Nein. Boah. Fuck, fuck, fuck. Oh mein Gott. Du bist das dritte Mal runterbefallen. Einmal darfst du noch, Alex. Ja, das war ja die erste Runde. Einmal darfst du noch. Ich glaube, also die... Eine Rakete. Was? Drei Kategorien abgeschlossen. Und schön auf den fünften katapultiert worden. Das ist schon mal schön. Ja, und was bekommt man so? Ich bin raus. Also ich bin jetzt das vierte Mal runterbefallen. Das hört man gerne. Alex kriegt diese Kategorie schon mal nicht. Und ich kann auch nichts mehr reißen, weil ich diesen scheiß goldenen Pilz habe. Der bringt auf dieser Strecke so gut wie nichts. Nichts, bitte. Man kann vielleicht ein bisschen damit spielen, aber das bringt nichts. Fuck. Nein, 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 nein. Da ist die zweite Rakete. Bringt ja nichts. Bringt nichts. Oh mein Gott, oh mein Gott. Ich darf kein einziges Mal mehr runterfallen. Oh mein Gott. Oh mein Gott, was tue ich hier? Also vielleicht verliert Julian die Kategorie auch noch. Das wäre gut für mich. Dass ich dann vielleicht noch irgendwie drei Schildgröten kriege. Oh, nicht voll runter. Das war es auch für mich mit der Kategorie. Und was bekommt man auf Platz 12? Drei Pilze, ne? Das bringt es natürlich, ne? Ja, vor allem auf dieser Strecke. Ich kann die Einsätze und fliege runter. So, gib mir nochmal. Drei Rote werden so schön jetzt gewesen. Ich fall noch mal runter, bitte mit dem Geschenk. Das ist die dritte Rakete, Leute. In einem Rennen. Klar bringt die Rakete, bringt extrem viel auf dieser Strecke. Oh, kann vielleicht mal F? Ne, warte. Ach, der hat mich schon gebrochen. Ne, warte. Ach, schade. So Leute, dann ist es geworden. Das erste Marokan-Bingo auf unserem Kanal. Ich bin noch ein Stück fest. Der Marokan-Titel ist zurzeit bei mir jetzt. Es wird auch in jedem Rennen besser als du. Abgeschlossen. Ja, und dann hat er jetzt abgeschlossen. Also war ein bisschen Lack bei. War ein bisschen Lack bei, ja. Also wenn du jetzt die Rakete nicht gekriegt hättest, hätte ich jetzt alleine die Katte nur geklappt. Aber egal. Ja, das ist es ja. Man hat ein großes Glück gehabt. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal, Leute. Haut rein. Und ciao. Ciao.